Hallo Leute und herzlich willkommen zu Mass Effect 2, wir sind hier der letzte stehen geblieben und wir lesen uns erstmal ein paar private Nachrichten durch und gehen rund um zu Grants, Mr. Gunner H. Hall, sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau. Nach Rücksprache mit einem meiner Kollegen auf der Zitatel habe ich das Privileg, um ihre Unterstützung beim Transfer einer größeren Menge Proteanische Technologie zu ersuchen, die auf Eilis gefunden wurde. Nach ersten Befürchtungen, es handelt sich um gefährliches Material, wurde alles unter Quarantäne gestellt. Inzwischen haben Tests zwar gegeben, dass diese Sorge grundlos war, aber dennoch bleibt die Quarantäne bestehen, bis jemand die Genehmigung für eine Anfrage zur erneuten Beurteilung durch das Kulturministerium bezahlt. Ich weiß um Ihre Interesse an Proteanische Technologie, würde Ihnen an einen Großteil davon überlassen und weniger als die Hälfte für mich behalten. Als Batterianer kann ich im Radsektor keine offizielle Geschäfte abwickeln, aber wenn Sie mir die benötigten 20.000 Credit beweisen, kann der Austausch in Ihrem Namen erfolgen, was letztlich zu unserer Beider-Vorteil wäre. Bitte antworten Sie rasch unter Angabe Ihre Kontakte an, mit freundlichem Gruß. Gana, ey, halt. Okay. Sie haben mein Lieben verändert. Hier hat Grüße, Command Shepard. Die Jahre, die Sonja, hatten mir gesagt, wie ich sie erreiche. Ich gehörte zur Putzkolle in den Dandius Towers. Sie haben mir geholfen, dort rauszukommen. Die Sony sagt, sie hätte auch Fane gefunden. Er hat einige der Clipzeln neu erledigt, die uns umbringen wollten. Und ich möchte sie fragen, ob sie meinen Dank übermitteln könnten. Schon seine Bewegung. Einer war tot, bevor sie ihn überhaupt bemerkt hatten. Einem zweiten brach er das Genick. Den Trinner schoss er, als allerdings weniger Herzschläge. Als innerhalb weniger Herzschläge, okay. Es war unglaublich. Er hat sich bewegt wie ein Tänzer, elegant und kraftvoll. Dieses Erlebnis hat mein Leben verändert und etwas in mich geweckt, das ich selbst noch nicht richtig verstehe. Ich weiß nicht, was ich tun werde, aber salarianische Leben sind zu kurz, um sie putzen zu vergeuden. Zumal, wenn es da draußen noch so viele andere Dinge gibt, ich werde etwas finden, um das einzufangen, was ich in ihm gesehen habe. Diese Schönheit, diese ästhetische Perfektion. Und ein paar hübsche Sachen zum anderen kaufe ich mir auch. Bitte sagen Sie ihm das und zumindest das, was Sie für angemessen halten. Das wäre wirklich sein Netz mit freundlichen Gruß, Jared. Okay, wir ins Kampfinformationszentrum. Äh, Maschintech? Ja. So, Krunt. So, bald bringen wir Check Loyal noch. Also Leute, wir haben noch allerhand zu tun. So, ich glaube im Frachtraum ist der sogar gewesen. Ja. Ja, ist er doch. Chambers sagt, Sie würden alles zerlegen. Ist was nicht in Ordnung? Irgendetwas stimmt nicht, Shepard. Mit mir. Ich bin so angespannt. Ich will unbedingt etwas töten mit bloßen Händen. Mehr als normal. So als hätte ich überhaupt keine Wahl. Als wollte ich. Ach, ich weiß auch nicht. Sehen Sie, warum mache ich das? Was stimmt nicht mit mir? Auch hier hat Ihnen nichts vermittelt, das Ihnen jetzt helfen kann? Ich sehe Bilder von alten Schlachten und höre die Stimmen der Warlords. Aber das ist ein Blutschleier in meinem Kopf. Ich will Kontrolle. Wenn wir in Bewegung sind und kämpfen, kann ich mich konzentrieren. Aber hier schreit mein Blut, meine Platten jucken. Und selbst Sie sind nur störender Lärm. Ich bin eine Tankgeburt. Was ist das? Edi, haben Sie Informationen über Kroganer-Krankheiten, die so etwas hervorrufen könnten? Cerberus hat einige Autopsieberichte im Archiv, aber nichts über einen lebenden Kroganer dieses Alters und in diesem Zustand. Kroganer gewähren nur selten Einblick in ihre medizinischen Aufzeichnungen. Mein Volk wurde von Ärzten in Laboren besiegt. Sie würden nie zulassen, dass derartige Informationen in unserer Heimatwelt Kroganer verlassen. Joker kann uns zur Heimatwelt der Kroganer bringen. Jeder im Team muss voll einsatzfähig sein. Danke, Shepard. Mir gefällt das auch nicht. Wut ist für mich ein Mittel der Wahl. Keine Krankheit. Okay, wahrscheinlich, dass es eine Loyalitätsmission bestimmt. Und da haben wir schon wieder eine Loyalitätsmission. Kaum werden wir fertig, bekommen wir tausende von Loyalitätsmissionen. Wir sind noch nicht mal auf Illium fertig. Aber das machen wir jetzt noch schnell und dann die nächsten Parts Ressourcen suchen. Und es dann die Loyalitätsmission langsam abarbeiten. So, sonst noch was? Kelly? Nein. Gut. Treibstoffdepot. Ach, hier ist unser Chef. Okay, brauchen wir nicht. Wir fliegen nach Illium, die Jahre Insel übergeben. Landen. Landen, Landen. Moment, ich muss mich mal schnell... Ach, so, gut. Sehr gut. Ähm... Samara werfen, ziehen, aufspalten, Maschinenbüste und Sturmgewehre. Auf jeden Fall mal einen Grunt mitnehmen. Wie sieht's mit dem aus? Er ist noch normal. Also, Loyal auf jeden Fall. Loyal. Und Loyal. Mehr haben wir nicht. Ich würd gern mal die Samara mitnehmen. Ne, komm, wir nehmen mal einen Fane mit. Ey, geil. Das ist ein richtig sexy, geiles Team haben wir jetzt. So, Tech-Pandarung. Kyro-Strahl. Verteidig oder die Entfernung. Granade. Grund... Grand... Brandmunition. Komm, wir sparen für den Betäubungsschuss. Und überhaupt machen wir hier mal. Mehr brauchen wir nicht. Entschuldigen Sie. Meinem Quälen zufolge gehören Sie kürzlich in einem Lager aus. Haben Sie vielleicht zufällig einem Mr. Thacks fragwürdige Transportpapiere zukommen lassen? Sie sahen verdächtig aus, also habe ich Sie weitergeleitet. Ich vertrete Mr. Thacks. Er ist Ihnen sehr dankbar. Bitte nehmen Sie das als Belohnung dafür an, dass Sie ihn auf die Unregelmäßigkeiten aufmerksam gemacht haben. Was geschieht jetzt mit der Spediteurin, die Thacks hintergangen hat? Das kommt darauf an, wie ernst gemeint Ihre Entschuldigung ist. Und wie weit es mit Ihrer Bereitschaft aussieht, den Fehler wieder gut zu machen. Brauchen Sie Hilfe bei der Suche nach der Person, die Thacks hintergangen hat? Danke, aber das wird nicht nötig sein. Mr. Thacks wird eine Reihe von höflichen Telefonaten führen. Hoffentlich ist dann keine Konfrontation mehr nötig. Es war mir ein Vergnügen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Okay. Was abtrünniger. 1000 Wurr-Credits ist auch sehr schön. So, und jetzt habe ich noch keine Ahnung, was wir hier für die Jahre machen müssen. Oh, Ankunft. Hm. Machen wir später mal. Krant, der Initrationsritus, Morden, altes Blut. Check, Subject Zero. Illium, das, äh, Liare-Systeme hacken. Jacob, also das sind jetzt alles die Loyalitätsmission, wo Namen davor stehen. Und erst mal nach Illium. Hier an ihn. Sicherheitsknoten hängen. Sicherheitsterminals lokalisieren und hacken. Dann, äh, die empfindlichen Daten in der Nähe finden und Stuliara uploaden. Hm, was geuploadet haben wir doch vorhin schon, wenn ich mich nicht irre. Hey, Moment, mal mit Fane reden. 25, bei 25 verkaufen. Nein, nein, Sie hören mir nicht zu. Ich will kaufen. Kaufen Sie alles auf. Komm, fünft mal. 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 Der Rat, der Stuhlanz, tut der Instinspektor, der Hand nach, würde sich an die Regeln. Hallo, Commander Shepard. Liara wird sich freuen, Sie zu sehen. Wir reden später weiter. Natürlich, Commander. Okay, wir gehen zu der Tür rein. Shepard, schön, Sie wiederzusehen. Also, was kann ich für Sie tun? Wir reden später, Liara. Okay, Liara, die Sony. Okay, Liara, die Sony. Sicherheitsstirmen, ich hab selbst noch keine Ahnung, wo wir überhaupt hin müssen, so richtig. Hören Sie nicht. Was ist denn? Ich führe gerade ein wichtiges Telefonat. Ich habe zufällig mitgehört. Sind das die Daten, die Sie suchen? Das Kerosa Generationenarchiv. Sie haben es gefunden, danke. Meine ganze Familie war in großer Sorge. Die Daten sind unersetzbar. Ich dachte nicht, dass ich sie aus Nasanas Firmengebäude zurückbekommen würde. Warum sind die Daten eigentlich so wichtig? Es ist die genetische Chronik der gesamten Kerosa-Familie. Sie dient zu Fortpflanzungsverhandlungen auf höchster Ebene. Sowas wie bei Menschen eine Ahnentafel, vermute ich. Ohne ist die Verhandlungsposition ziemlich schwach. Der Verlust hätte meiner Familie über Generationen geschadet. Ja, sie vielleicht sogar zerstört. Wenn die Daten so wichtig sind, warum haben Sie dann keine Backups? Hatten wir, aber eine rivalisierende Familie hat ein Computervirus freigesetzt. Und unsere Tags waren nachlässig. Das Virus hat alle Daten zerstört. Ich hatte gerade ein Vermögen dafür ausgegeben, die Daten wieder herzustellen, als Nasana durchgedreht ist. Wir leben in einer Welt von unendlicher Datenredundanz. Etwas so bedeutsames, nur wegen einer einzigen verrückten Asari zu verlieren. Hier sind Ihre Daten. Hoffentlich ist Ihrer Familie damit geholfen. Sie machen sich keinen Begriff, Mensch. Ich weiß nicht, wer Sie sind oder woher Sie das haben, aber ich danke Ihnen. Hier, für Ihre Mühe. Gesegnet sollen Sie sein. Für uns waren Sie mit Sicherheit ein Segen. Okay. Jetzt haben wir wieder eine Quest erfüllt. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo ich Sarah nachfinde... Sie ist nicht mehr hier. Oh, Ihnen hat sie doch geholfen, nicht wahr? Sie hat einen Außenweltjob angenommen. Oh, hat sie nicht gesagt. Sie hat mir etwas für Sie gegeben. Ist wohl eine Nachricht oder so. Ich höre es mir später an. Ja, klar. Man sieht sich. Hey, Shepard. Ich war gerade unterwegs zu einem neuen Leben, als die Nachricht kam. Das Miststück ist tot. Das heißt dann wohl, dass Ihr Freund lebt und seinen Job zu Ende gebracht hat. Sagen Sie ihm, wenn ich ihn jemals treffe, gebe ich ihm einen aus. Viel Glück. Neißige Sache. Wir brauchen Sicherheits-Terminals. Vielleicht auf der Karte. Ich habe keine Ahnung. Das ist ein Beispiel. Du kennst doch diese neue Droge, die die bleibende neurale Narben erkennt. So weiß in der Meta 4. Ah, verdammt. Code-Satiment. Ne Code-Hack beendet. Nein, ich habe noch kein Glück gehabt. Sie besteht aber, dass es legal ist. Ich weiß es nicht. Ich werde einen Gefallen einfordern und einen Freude der Wartung sein. Ja, und jetzt? Willkommen bei Barrier Frontiers. Unser Verkaufskiosk ist guter Wunsch. Sternenkarte. Cool. Ich kaufe mal einfach alles. Schiala, was ist denn das? Ich bin Schiala. Wir haben uns während des Gath-Angriffs auf Feros getroffen. Saren hatte mich dem Thorianer als Sklavin übergeben. Und sie haben ihn getötet. Und mich gerettet. Ich habe versprochen, Zeus Hope beim Wiederaufbau zu helfen. Und deshalb bin ich jetzt auch hier auf Ilium. Wie geht das, Zeus Hope? Wir haben vieles wieder aufgebaut. Und konnten sogar verwertbares Material von dem Gath-Schiff bergen, das sie zerstört haben. Aber die Forscher von Exogeni wurden wieder in ihr Hauptquartier zurückgerufen. Und die Reste des Thorianers haben sie mitgenommen. Kommandiert Exogeni wieder die Kolonisten herum? Oder hat der Thorianer unseren Kampf irgendwie überlebt? Nein. Exogeni unterstützt Zeus Hope sogar. Sie wollen uns offenbar wirklich dabei helfen zu überleben. Und der Thorianer ist tot. Wobei ich nach allem, was sie auf sich genommen haben, um ihn zu töten, ihre Sorge durchaus verstehe. Ich fürchte, nach unserem Abenteuer auf Ferus kommt ihnen meine Aufgabe auf Ilium sicher vergleichsweise banal vor. Kann ich dabei irgendwie behilflich sein? Das wäre wunderbar. Ich bin an die Grenzen meiner diplomatischen Fähigkeiten gestoßen und würde ungern Ärger verursachen. Durch die Kontrolle durch den Thorianer hatten einige Kolonisten Gesundheitsprobleme. Wir haben eine koloniale Forschungsgruppe engagiert, um medizinische Scans durchzuführen. Aber der Vertrag erlaubt der Firma anscheinend, ohne unsere Zustimmung Eingriffe vorzunehmen. Deshalb bin ich hier. Moment mal, Shiala. Sie waren doch nur grün, als der Thorianer einen Klon aus ihm gemacht hat. Ihr wahres Ich war blau. Wie normale Asari. Ich sprach von Gesundheitsproblemen durch die Kontrolle des Thorianers. Erinnern Sie sich? Das ist meins. Einige Monate nach dem Tod des Thorianers veränderte sich die Pigmentierung meiner Haut. Und meine biotischen Fähigkeiten sind auch instabil. Außerdem habe ich intensive Träume über meine Zeit bei dem Thorianer. Das alles ist beunruhigend. Erzählen Sie mir mehr über den Vertrag, den Sie wegen der Scans unterschrieben haben. Barrier von Tears zeigte Interesse an unserem Problem. Sie haben angeboten, medizinische Scans und die nötige Behandlung fast ohne Bezahlung durchzuführen. Ich hätte wissen müssen, dass es zu schön war, um wahr zu sein. Aber wir waren verzweifelt. Im Kleingedruckten haben wir uns anscheinend damit einverstanden erklärt, dass Sie weitere Eingriffe durchführen dürfen, wenn Sie es für angebracht halten. Und so kam es dann auch. Können Sie Ihnen diese Eingriffe wirklich aufzwingen? Nein, aber Sie können uns wegen Vertragsbruch anklagen. Was bedeutet, dass wir den vollen Preis bezahlen müssen, den Ihre Leistung normalerweise gekostet hätte. Zeus Hope kommt gerade langsam wieder auf die Füße. Wir können uns das unmöglich leisten, Shepard. Was für Gesundheitsprobleme hatten die Kolonisten denn? Kopfschmerzen und Muskelkrämpfe, so ähnlich wie die unter der Kontrolle des Thorianers. Manchmal teilen Kolonisten in der Nähe eines Thorianer Opfers dessen Empfindungen, etwa Hitze oder Schmerzen. Es muss etwas mit Resten der parasitären Spuren des Thorianers zu tun haben. Deswegen soll das Ganze untersucht werden und geheilt. Ich rede mit dieser Forschungsgruppe. Ich weiß das zu schätzen, Shepard. Der Vertreter von Barrier Frontiers ist über das Problem informiert. Ich weiß das zu schätzen, dass die gerade verpackt war. Die hat sich irgendwie immer so komisch umgedreht und so. Die ihrer Systeme hacken. Ich weiß ganz oben, dann kommt in der Mitte irgendwas Blaues. Ich weiß das zu schätzen, dass die Waffen und Panzerungen... Was ist das jetzt? Grün und Lila. Grün. Äh. Blau. Okay. Was ist mit dir? Willst du zur Spezialeinheit? Warum nicht? Jede Asari hat Biotech. Dann kann ich sie doch auch einsetzen, oder? Wow. Hier. Schleppart ist Liera. Ich habe die Daten. Kommen sie vorbei, wenn sie... Ich weiß nicht. Ich finde es immer noch schrecklich, dass so etwas... Okay, das war ziemlich einfach. Alle Gefahren stehen klar und deutlich. Wir erwarten Mitglieder der Söldner-Truppe-Ecklinz nach einem Vorfall mit Gewaltanwendung in einem von der Gruppe kontrollierten Label. So, die Mission wäre erstmal geschafft. Liera haben mir geholfen. So. Wir gehen erstmal zu Liera und dann schauen wir mal nach. Äh. Geht's hier lang? Äh. Nein, hier geht's lang. Shepard, schön, Sie wiederzusehen. Danke, dass Sie mir diese Systemdaten verschafft haben. Hier. Vieles ist nicht, aber ich hoffe, es hilft Ihnen bei Ihrer Mission. Erinnern Sie sich an den Shadow Broker? Mit den von mir besorgten Daten gelingt es mir vielleicht, den Informationsspeicher seiner Agenten zu finden. Ich habe viel um die Ohren. Wer ist der Shadow Broker gleich nochmal? Er ist der mächtigste und gefährlichste Informationsmakler der Galaxie. Niemand weiß, wer er ist. Angesichts seiner Ressourcen gibt es Spekulationen, dass es sich in Wahrheit um eine Gruppe handelt, die unter einem gemeinsamen Namen operiert. Sind Sie auf der Flucht vor dem Shadow Broker? Ich kann Ihnen helfen. Zutreffender wäre die Aussage, dass der Shadow Broker vor mir auf der Flucht ist. Unsere Wege haben sich kurz nach Ihrem Tod gekreuzt. Seitdem arbeite ich daran, ihn auszuschalten. Mit diesen Daten bin ich dem Ziel einen Schritt näher bekommen. Sie können nicht mit mir kommen, weil Sie hinter dem Shadow Broker her sind? Was wäre, wenn ich Ihnen helfe, ihn zu finden? Tut mir leid, Shabbat. So funktioniert die Galaxie nicht. Ich muss Spuren finden, Informationen nachgehen. Ich muss arbeiten. Auf der Normandy kann ich das nicht. Ich wünschte, es wäre anders. Ich habe nur noch nie erlebt, dass Sie kaltblödig jemanden hinrichten wollen. Was hat der Shadow Broker Ihnen angetan? Ich habe mit einem Freund einen Job durchgezogen. Die Leute des Shadow Broker haben uns erwischt. Mein Freund konnte nicht entkommen. Ich weiß nicht, ob er tot ist oder noch verhört wird, aber ich muss ihn finden. Ich schulde ihm mein Leben. Ich will, dass der Shadow Broker für das bezahlt, was er getan hat. Sagen Sie mir, wenn ich sonst noch etwas für Sie tun kann. Danke, Shabbat. Das werde ich. Nun, kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Wir reden später, Liara. Liara, später helfen. Hö. Shepard, schön. Also, was kann ich für Sie tun? Wie läuft's bei Ihnen so? Die Daten, die Sie mir gegeben haben, waren sehr hilfreich. Jetzt habe ich ein Ziel. Der Shadow Broker hat mehrere Kontakte hier auf Illium. Der mächtigste von Ihnen trägt den Namen Beobachter. Wenn ich den Beobachter aus dem Spiel nehme, bringt mich das dem Shadow Broker näher. Ich könnte Ihre Hilfe brauchen. Sagen Sie mir, was ich tun soll. Ihre Daten haben mich zu Logs von Agenten des Shadow Brokers geführt. Sie wurden zwar gelöscht, aber vielleicht kann man Teile davon rekonstruieren. Der Shadow Broker ist vorsichtig. Seine Agenten sind nur unter Funktion und Spezies bekannt. Meine Ermittlungen haben ergeben, dass der Beobachter nur einer von fünf Agenten sein kann. Ein Turianer, ein Salarianer, ein Kroganer, ein Batterianer und ein Watcher. Wenn Sie die Liste noch einengen könnten, wüsste ich, wo ich zuschlagen muss. Liara, ich werde Ihnen nicht dabei helfen, jemanden umzubringen. Wenn ich es nicht reduzieren kann, beseitige ich eben alle fünf. Sie haben alle irgendeine Verbindung zum Shadow Broker. Kein Grund für Schlafstörungen. Wie auch immer, es ist nicht sicher, das weiter mit Ihnen zu diskutieren. Wenn Sie Kontakt aufnehmen wollen, funken Sie mich auf unserer alten Frequenz an. Wir reden später, Liara. Okay. Plus zwei Vorbild. 2000 Kreds und ich gehe erst mal hier zur Normandy. Was? Code Tag me endet. Darf und vier. Schleppert, haben Sie Informationen über den Beobachter herausgefunden? Schalten Sie den Turianer aus. Danke, Schleppert. Ich werde es veranlassen. Meine Leute gehen in Stellung. Wenn Sie das nächste Mal vorbeikommen, habe ich bestimmte Neuigkeiten. Ich werde es nicht kriegen. Aha, so ist die Mission also. Aber ich würde sagen, wir machen das erstmal in der nächsten Folge. Und ich verabschiede mich hiermit. Abonnieren, kommentieren, bewerten und favorisieren. Ich kaufe mir hier erstmal den biotischen Schaden. Und so. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bye, bye. BZW. Bis später. BZW. BZW.